Hallo und herzlich willkommen zurück zu Entschrouded. Mir fehlt jetzt nur noch Wachs, Feuerstein und Salz. Okay, Salzminen, kriege ich das noch hin? Drei Stunden Zeit habe ich noch. Okay, das funktioniert ja schon mal. Nein. Okay, jetzt schieß doch da drauf. Okay. So. Honig und Wachs, ja, ja. Das sieht man hier kaum. Honig und Wachs, alles gut. Ernten, dann einsammeln. Honig, Wachs. Es war Nummer drei, da fehlt jetzt noch ein Wachs. Gell? Jo. So, Flämmchen haben wir genug. Die kann ich hier nochmal mit reinpacken. Warte, hier war der Honig. Okay, und hier kommen die Flämmchen mit dazu. Eigentlich müssten die hier mit hin, ne? Neun. Okay. Die, die anderen Flämmchen hatte ich doch irgendwo. Komm auch. Ja, nicht schießen. Hallo? Ruhig dich. So, ich hab fünf Flämmchen. Und das war's, glaube ich, ne? So, also. Stärke die Flamme. Dann hab ich mehr Zeit im Jasma. Was mir hier gar nichts bringt. In der anderthalb Stunde. Ich brauch noch Salz. Feuerstein. Das könnten wir als erstes machen. Und Wachs sowieso. Okay, Feuerstein. Feuerstein. Gibt's hier die Feuersteinminen? Wo sind sie? Da. Da gehen wir jetzt hin. Feuersteinmine. Ich komme. Tja, so lobe ich mir das. Ach. Naja, uhuhu. Heul nur. Heul doch. So. So. Hier so lang, ne? Man kennt's. Öh. Warte mal. Sind die immer wieder voll? Oh, heilt dran. Nehme ich doch gerne mit. Jedes Mal beim Einloggen sind die Kisten voll. Wie cool ist das denn? Okay. Jetzt hab ich's endlich mal richtig gemacht. Ah, hier sind also immer Heiltränke drin. Das ist ja hervorragend. Okidoki. Okidoki. Sind das hier die Feuersteinminen? Der Eingang ist versperrt, stand hier, ne? Eigentlich die kaputt hacken. Vielleicht so. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ok. Ok. 66 Meter. Äh, warte. Obisch. Wieso kriegt der keinen Schaden? Gerade sagen. So nicht. War hier sonst noch was? Also. Ne. Was denn? Bum, zählt weg. Das sind wir noch looten. Ok. Hätte ich immer gut gebrauchen. So. 75 Meter in die Richtung. Sind die... Was? Wie? Wie jetzt? Hä? 67 Meter. Ach, warte mal. War das nicht... Uah! Uh, Glück gehabt. Das war hier, ne? Hier so ums Eck rum. Oder? Was sind die Feuersteinminen? Ja, super. Alles klar. Guck mal, ich hab jetzt die neue Spitzhacke gemacht. Mal gucken. Mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Feuerstein ich gebraucht hab, aber ich brauch noch Salz. Das weiß ich. So geil, dass man hier alles kaputt schlagen kann, ne? Das ist ja bei den meisten Spielen, ja, dann schießt man irgendwo drauf, dann ist dann noch nicht mal ein Loch drin. Oder wie mir das Loch verschwindet mit einer Zeit. Das ist ja eigentlich nicht okay. 23 Feuersteine. Ich glaube, so viel waren es nicht, ne? Ich nehme mal ein Stick mit. Nein, tue ich nicht. Dauert zu lange. Ähm, so. Dann. Salzmähen. Das waren die, ne? Die Engel-Eckstädtler-Salzmähen. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sonst, ähm, Salz herbekommen kann. Aber ich kann ja hier schnell reisen. Okay. Super. Okay. Äh, wieso bin ich jetzt hier unten? Also, okay. Was mit der Textur passiert? Alles klar. So, noch mal. Vielleicht mal zwei und... Ah, jetzt habe ich die rausgetan. Okay. Drei. Ne, das sollte reichen. So. Dann sind wir wieder im Jasma. Und die Feuer, die sind jetzt 128 Meter weit weg, ne? Hm, wie kam ich denn hier hoch? Ähm. Hier so? Ach, hier, ja, ne? Genau. Nein! Das hatte ich noch nicht gelesen. War auch egal. Äh, 104 Meter in die Richtung. Okay. So ein Beacon wäre nicht schlecht. Guck an. Hier hätte ich hochgekonnt. Mit diesem Ding, ne? Okay. 88 Meter. Engstädter Salzminen. Okay. Ist hier Salz? Ich sehe halt kein Salz. Das ist halt das Problem. Ich habe ja letztens hier auch kein Salz gefunden. Okay. Oh, oh. 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 Und jetzt habe ich den nicht. Au. Ach, komm jetzt. Bist du gerade hier gespawnt? Du Sack. Okay, 5 Meter. 5 Meter. Das ist die Mine, ne? Wird jetzt mal nicht looten. Ich will doch nur euer Bestes. Euer Salz. Ich bin ernst. Okay, das, da gucke ich rein. Salz. Zwei Salz. Du musst doch hier irgendwo Salz geben. Warte mal, wenn ich jetzt hier hake, warte. Was? Oh. Salz. Ja, Leute. Ich hacke euer Salz weg. Sehr gut. Wie viel Salz habe ich? Hm, 27. Ich glaube, das reicht, ne? Wenn nicht, kommen wir wieder zurück. So. Der Ausgang war... Wenn mich das nicht täuscht, kann ich alles nochmal hier, ne? Also, das war die Richtung, ne? Ich kam von hier. Glaube ich mal. Au ab, du Scheustrecks. Ich bin jetzt Viecher. So. Ich kam doch von hier. Oder? Äh. Äh. Nee. Kam ich von hier? Warte, ich muss gucken. Wo bin ich denn? Ich bin da und ich muss hier hin, ne? Also, ja, irgendwie so rechts rum. Nee, 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 nee. Das war viel näher dran. Hau ab! Das war viel näher dran. Äh. Äh. Ähm. Warte. Ich mach das Ding. Wo ist es? Wo ist es? Äh. Als Wegpunkt setzen, ja. Okay. Dann bin ich da in die Richtung. Muss ich gehen. 166. 65. 67. Mann, hier irgendwo ging's nach oben. 74, 75. Hier ging's doch irgendwo nach oben. Nee, 220 Meter? Nee, 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 nee. Ach, Mann! Das, sag mal, ist doch nicht wahr. Oh, oh. Warte. Ja, komm, das sieht mir doch, das sieht mir doch, äh, bekannt aus. Und hier war das, ja, ich glaube schon, ne? Ja, ich bin im Schlamm unterwegs, das ist schon klar. Hier ist noch mal Schlamm. Na, komm, man hat schwierig vorwärts. Das hab ich doch gelesen. Im Jasma, Achtung. Ich bin da draußen. Ich bin da draußen. Kein Problem. Ab nach Hause. Also, der Alter hat sich doch wirklich gelohnt, oder? Knellreise. Okay. Back home. Und? Was fehlt jetzt noch? So, wir haben Salz. Ein Wachs fehlt noch. Ein Wachs, komm. Ein Wachs. Kriegt das jetzt hin? Äh, ist da Wachs vielleicht? Über Nacht gespawnt. Wir werden's gleich sehen. Ist es nicht, ne? Oh, Mann, 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 Mann. Okay, da muss ich halt noch ein bisschen warten. Sprich, ich mach erst mal andere Sachen. Hallo? Wolltest du mich angreifen? Besser der Hammer als der Ambus. Okay. Na gut, dann. Dann ist es halt so. Kann ich hier irgendwas kochen? Nee, kann ich auch nicht, ne? Im Rucksack ist... Jedem ist Zeug's. Ah. Aber ich kann's hier reinpacken, ne? Oder? Kann das Salz hier reinpacken. Zack. Ähm. Böp, böp. Das kommt da nicht rein. Was haben wir hier? Waffen und Krams. Nö, auch nicht. Hier so. Hm. Hm. Was ist das Miasma-Zeug, was ich brauch, ne? Pff, pff, pff. Dort Wasser kann noch mit rein. Und den Rest hier rein, ne? Also... Knochen. Hier, Stoff und so'n Kram. Oba. Ich hab Erde mit. Äh, okay. Erde. Erde müsste eigentlich, ähm... Ja, was weiß ich. Warte. Ich mach hier. Nee, wo hatte ich denn die... Die Verbände. Hatte ich die? Die benutze ich ja nie. 20 Verbände. Ja, ja. Ob ich die nie benutze? Ich weiß es nicht. Okay. Ich logge aus, logge ein und gucke, ob dann der Honig wieder da ist. Okay? Oha. Ich hab mich noch eingeloggt. Und es ist Tag. Das heißt... Ist jedes Mal Tag, wenn man sich einloggt. Man sieht halt die Uhrzeit nicht, ne? Das würde ja bedeuten, hier wären nochmal... Ah, 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 ah. Sehr gut, sehr gut. Na, nimm es. Nimm es! Ähm... Okay. Also. Gut, dass ich das weiß, ne? Denn... Dann könnte man doch hingehen. Und... Einfach mal... Ja, was weiß ich. Wenn ich irgendwo im Dungeon bin, wo es so richtig dunkel ist, logge ich mich aus. Logge... Ah, ne, da komm ich ja... Haha. Ne, da komm ich... Hallo? Der frisst jetzt einen Hasen, oder? Hm, okay. Lass meine Häschen in Ruhe. Oh, das ist gut. So, jetzt aber, oder? Ja, jetzt habe ich doch alles. Stärke die Flamme. Jo! Erstmal, ich habe dann sieben Minuten. Äh, plus die... Warte. Anderen Minuten. Okay. Flammenstufe erhöht. Drei. Okay. Gucken wir nochmal bei Fähigkeiten. Habe ich... Jetzt habe ich hier zwei Punkte gekriegt. Was habe ich denn hier? Läufer. Okay, ich kann schneller rennen. Adi, buh, 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 buh. Was ist das hier? Schlangenfresser. Giftresistenz. Bis jetzt her habe ich noch keinen Gift, äh, Schaden gekriegt. Ein Geschick wird erhöht. Was ist denn das? Geschick? Ob ich treffe oder nicht? Was ist das denn? Äh, das habe ich hier gemacht, ne? Das hier, Steinmetz. Na, das ist... Das habe ich freigeschaltet, obwohl das jetzt rot ist. Und hier habe ich, äh... Die Betäubungsleiste wird um 20% erhöht. Oha! Mit jeglichen Schaden um 10% erhöht. Das hört sich doch gut an. Das sieht ja super an, oder? Stärke 4. Ja, das ist okay. Das ist soweit okay. So. Jetzt gucken wir mal nochmal. Wir haben unseren, ähm, Altar erhöht. Warte, aber die Baugröße ist immer noch die gleiche, ne? Da bräuchte ich Altar aufwerten, ne? Da brauche ich nochmal... Die Flamme Stufe 3. Ist klar. Miasma Seelen. Okay, aber... Will ich die jetzt? Nee, die will ich nicht. Ich möchte gerne... Die Fragezeichen. Da ist noch ein Fragezeichen über. Also überall, wo das Ding hier ist, da war ich... Also war ich da noch nicht, ne? Das ist das Einzige, wo ich noch nicht war. Okay. Jetzt mach ich hier mal einen Wegpunkt hin. Und dann gehen wir da hin. Heute noch? Nee. Nee, 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 nee. Wir machen das morgen. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen mit meinem super duper Bogen. Gehabt euch gut und... Tschüss. Tschüss.